Hallo Joko. Hallo Glas. Wir kennen Sie jetzt schon eine Weile und ich finde, da kann man auch ehrlich sein. Und wenn wir ehrlich sein sollen, ihr seid uns ein bisschen zu routiniert mittlerweile in eurer eigenen Show geworden. Deswegen haben wir uns ein unberechenbarer Spiel ausgedacht. Unberechenbar, aber ihr habt trotzdem noch immer alles in der Hand. Ihr seid ja keine Unmenschen, oder? Ja, und alles weitere natürlich von Steven. Bitteschön. Herr, vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun werden. Ein sehr schöner Titel und vielen Dank an Stefanie und auch an Keta für die kurze Vorstellung. Und ich erkläre euch jetzt, was genau passiert. Ihr seht erstmal diese 15 Stählen mit 15 Gegenständen. Bowlingkugel, Gießkanne, Gurke, Blumenstrauß, Becken, verbrannte Pizza, Torte, Kiwi, Gabel, Toaster, Schokolade, Kaktusstift, Taschenrechner und ein Pömpel. Finde ich super nett, dass du uns erklärst, was das für Gegenstände sind. Ich wollte es euch nur im Vorweg sagen. Was macht man mit einem Stift? Das erkläre ich dir gleich. Oder das müsst ihr viel besser selber herausfinden. Denn wir haben hier ebenfalls 15 Aufgaben aufgebaut. Und ihr müsst jetzt einzelne Gegenstände dafür benutzen, um diese Aufgaben zu lösen bzw. zu schaffen. Benutzt ihr einen Gegenstand, ist der raus aus dem Spiel. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte. Ich werde euch nicht alle Aufgaben auf einmal verraten, sondern in unterschiedlichen Tranchen. Also ich fange mit 5 an, 4, 3, 2 und am Ende die letzte mögliche Aufgabe. Ihr müsst 12 von 15 Aufgaben lösen, dann habt ihr den nächsten Vorteil. Ist da kein Problem. Gut, also ich nenne euch jetzt die ersten 5 Aufgaben und dann sagt ihr mir, welchen Gegenstand ihr für welche Aufgabe nutzen wollt. Es ist so. Okay? Ich schwöre. Erste Aufgabe. Wirf diesen Gegenstand über diese 4 Meter hohe Stange und fang sie dann auch wieder auf. Also das heißt, Joko wirft und fängt auch wieder. Wenn wir die Bowlingkugel nehmen, können wir mal gucken, wie nervös die werden. Aber ich muss den richtigen Gegenstand, also den Gegenstand, den ihr euch für dieses Spiel ausgedacht habt. Nein, den Gegenstand, den du meinst, den du brauchst, um die Aufgabe zu bestehen, um dann alle Aufgaben zu schaffen. Taktisch. Zweitens, nimm diesen Gegenstand und behalte ihn unter deinem T-Shirt, kannst ihn auch in den Hosenbund packen bis zum Ende dieses Spiels, ohne dass er runterfällt. Gurke. Muss man dabei haben. Dann berechne mit Hilfe dieses Gegenstandes eine Matheaufgabe, die aus 3 Komponenten besteht. Die sieht so aus. Vierte Aufgabe. Finde 5 saubere Reime auf diesen Gegenstand. Und die fünfte Aufgabe, wirft diesen Gegenstand mit dem Mund aus diesem Feld, von dieser Markierung in dieses Feld. Mit dem Mund. Ja. Also von dieser Markierung in diese Zierschale. Kannst du dich mit der Zunge in der Bowlingkugel festsaugen? Gut. Dann legt einfach mal los und sagt mir, welche Aufgabe ihr mit welchem Gegenstand lösen wollt. 12 von 15 müsst ihr schaffen. Kannst du dich noch an alle erinnern, weil ich habe zwischendurch was anderes gedacht. Guck mal da oben, falls ihr eine Frage habt, da oben steht nochmal, welche Aufgaben es gibt. Worum überstange. Lass mal eben überlegen jetzt. Guck mal, also was werfen wir da oben? Also ich glaube, die Gießkanne da drüber easy. Ja. Aber die Frage ist natürlich, was kommt noch? Also genau, der, der wirft, muss auch fangen. Ja, genau. Der Pömpel ist wahrscheinlich auch easy. Das Blöde ist aber wenn wir gleich, ich könnte mir vorstellen, dass man den Pömpel auf diese Scheibe werfen muss, dass er da heften bleibt. Ja, aber nee, aber ähm, achso. Weißt du, dass irgendwas kommt, wirft diesen Gegenstand an die weiße Scheibe und er muss heften. Warte mal, ähm, was denn mit einem Blumenstrauß zum Beispiel? So, Jungs, kommt einfach, legt los, ein bisschen Risiko ist dabei, drei Fehler dürft ihr machen. Du musst ihn noch fangen, ne? Ja, weiß ich. Du wirfst ihn und fängst ihn, okay. Ich wollte es jetzt schnell machen, jetzt bin ich schon wieder in so einer Kopfschmerzen. Nein, nein, Entschuldigung, und ich dachte nur nicht, dass du ihn wirfst und mich dann anguckst und sagst, warum fängst du ihn nicht? Aber jetzt mach ich mich wahnsinnig wieder. Nein, musst du nicht. Ich wollte das so nonchalant machen. Ja. Dann mach mal einfach, es wird vorbeigehen. Geschafft. Okay, Gegenstand, das war beeindruckend, Gegenstand unter Shirt bis Ende der Sendung. Ja. Kaktus. Ja. Torte. Toaster. Ähm, ja, aber warte. Torte. Kiwi in die Achsen würde. Also nicht bis zum Ende der Sendung, ne? Kannst du natürlich machen, sondern bis zum Ende des Spiels. Am Ende des Spiels, Entschuldigung. Können wir mal einen Toaster nehmen oder so? Oder Schokolade, das sieht dann immer ganz doof aus am Ende. Guck mal, weil, ist doch egal, weil dann bist du einen sperrigen Gegenstand los und hast mehr Möglichkeiten. Guck mal, du musst gar nichts machen. Also das ist jetzt der Gegenstand, den du da drunter lässt, bis zum Ende. Man sieht keinen Unterschied. Nee. Okay, gut, zweite Aufgabe, noch nicht bestanden, aber zumindest schon mal angefangen. Danke. Hä, wie, noch nicht bestanden. Ach so. Nein, also. Danke. Ja, ja, das kann. Aber wir lassen das jetzt schon mal gelten, aber du darfst jetzt nicht die ganze Zeit, ne, dann rumpopeln. Ach so. Du kannst ein bisschen rumpopeln. So. Matheaufgabe, fünf Reime mit dem Mund werfen. Was? Das ist keine einzelne Aufgabe, das sind die drei anderen Aufgaben. Ey, Steven, du überforderst uns. Ja, ich merke, wir sind gut. Also eine Matheaufgabe lösen mit einem Gegenstand, dann einen Gegenstand werfen und fünf Reime auf einen Gegenstand machen. Für die Matheaufgabe gibt's 30 Sekunden. Ich check die Aufgabe nicht. Auf die Stirn? Ja, ihr müsst es ja rechnen. Vielleicht schreiben wir es auf deine Stirn. Darf ich das hier draufschreiben? Ich bin tabul. Ja, sicher, dafür habe ich das auch dahingemacht. Also als richtige Tafel. Ich kann es aber nicht. Okay, 30 Sekunden, habt ihr Zeit. Ich kann es nicht. Und ich zeige euch die Matheaufgabe. Und so sieht die aus. Ach so. 19 mal 77, 7 mal 9, 63 sind 133 plus 136. 136. 136. Ja, ich weiß, stimmt. Hast du beim ersten Mal schon richtig irritiert? Ja, aber du hast mich irritiert. Ja, weiß ich. Wollte ich auch. Ach so. Nee, ist richtig. Ich hab's ohne alles gelöst. Ich soll das doch hier draufschreiben. Ich musste das doch benutzen. Aber. Okay. Ich soll das benutzen. Du hast vollkommen recht. Entschuldigung. Du hast gesagt, ich möchte mich entschuldigen. Ihr seid eine Einheit. Man merkt das. Tut mir leid. Hast du mir jetzt sauer, weil ich das angemalt habe? Naja. Ich muss das doch benutzen. Ich hab ein privates T-Shirt. Echt? Unter dem du einen Toaster trägst. Ja. Macht man dazu, ne? Gut. Eine Aufgabe fehlt euch noch. Fünf Reime. Nee, zwei. Entschuldigung. Zwei. Fünf Reime und mit dem Mundwerfen. Jetzt könnt ihr den Kaktus machen. mit dem Mundwerfen. Ey, lass uns das Becken nehmen. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Becken fallen mir ganz viele Reime ein. Was reimt sich auf Becken? Ich werde heute mein Becken strecken. Dann werde ich etwas anecken. Und an meinem Steckenlecken. Und danach an meinem Steckenlecken. Finde noch eins? Nee. Weil ihr habt mit Becken angefangen. Ach so. Ja, dann. Nach Steckenlecken kommt ein was? Was? Nach dem Steckenlecken muss ich mich zudecken. Lege ich mich hinter die Hecken. Ja, sehr schön. Sehr schöner Rahmen. Danke. Gut. Das ist dein privates T-Shirt. Gegenstand mit dem Mundwerfen. Darf ich so das? Vielleicht geht das raus. So, Gegenstand mit dem Mundwerfen. Das können wir verlosen. Leute, für guten Zweck. Wir verlosen das. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch. Was wird's denn, Ferk? Ja, los, da. Toll. Ich hatte... Nee, wirklich. Unsere Nachbarn haben eine Kaffeemaschine bekommen. Ach, wirklich? Ja, ganz süß. So klein noch. Ja. Was wollt ihr denn werfen? Mit dem Mund? Äh, ja. Muss in diese Fläche reingeworfen werden? Ich würde gerne Schokolade werfen, aber das ist wahrscheinlich dumm. Ich glaube, die Gabel geht sehr gut. Soll ich die nehmen? Ja, also bis hier hab ich noch nicht viel gemacht, aber du kannst die gerne nehmen. Ach so. Doch, du nehmen wir hin. Also Klaas, du hast doch auf den Toaster, du musst doch auf dich achten. Klaas und Joko, ich sag's nochmal. Klaas und Joko, das ist die Abwurfposition. Die Gabel muss hier drin liegen bleiben. Okay, aber... Oh. Wir haben ja drei, äh... Nee. Drei Pro... Äh... Ach so, das ist jetzt vorbei? Ja. Ich hab nix von drei gesagt. Du hast doch gesagt, man hat dreimal... Ach so, Aufgaben, nicht Trice. Nee, auch das hab ich nicht gesagt. Doch. Nein, ich hab gesagt... Ich war aber auch so ganz nervt. Fünf, drei, zwei und eine Aufgabe am Ende. Ist jetzt vorbei? Was? Ist das Spiel verloren? Wir haben noch drei Fehler, dürfen wir doch machen. Ich frag mal hier jemanden. Wir dürfen noch drei Fehler machen. Komm mal weiter. Das ist jetzt rauszumachen, jetzt bin ich zu den Weißer. Warum moderiert das nicht Oliver Geißen? Irgendwer, der moderieren kann. Also eine verkackt. Zwei könnt ihr noch. Ja, das sag ich doch die ganze Zeit, Mann. Du stellst mich da, das wäre echt dumm. Ich hab gesagt, drei Fehler darf man machen. Nein, nein. Wir müssen aufpassen. Ich beleidige das Publikum, du beleidigst ihn. Nicht gut. Wir haben eigentlich keine Freunde mehr. Wir haben so eine bad energy hier. Die nächsten vier Aufgaben. Wir müssen füreinander, müssen wir füreinander da sein. Wir müssen alle füreinander da sein. Und du benimmst dich auch. Ja. Schlage mit diesem Gegenstand einen Nagel in diese Wand, sodass er hält. Okay. Aufgabe eins. Berechne mit Hilfe dieses Gegenstandes eine Matheaufgabe, die wieder aus drei Komponenten besteht. Und die sieht so aus. Ja, okay. Okay? Zeichne mit diesem Gegenstand einen Begriff auf die Staffelei. Und der Teampartner muss diesen Begriff erraten. Schokolade. Der Begriff befindet sich in dem Umschlag über der Staffelei. Und zu guter Letzt schieße diesen Gegenstand aus sieben Meter Entfernung in das Tor. Okay. Also, Nagel in die Wand schlagen, Matheaufgabe lösen, Montagsmaler spielen und zu guter Letzt einen Torschuss. Also, malen ist ja, das geht mit malen, das geht mit malen. Torte kann man malen, Pizza kann man malen. Gurke wird schwer, Gießkanne auch, Bowlingkugel auch. Ich würde sogar mit dem Pömpel mir zutrauen, mit dem Stift was, mit dem Stock da was zu malen. Rechenaufgabe traue ich mir auch noch zu. Mit dem Stock was zu malen? Ja. Rechenaufgabe traue ich mir auch noch im Kopf zu. Wenn aber gleich eine größere Rechenaufgabe kommt, brauchen wir vielleicht den Taschenrechner noch. Deswegen... Jetzt erstmal mit dem Nagel mal gucken, ne? Ja. Wollt ihr den Nagel einschlagen? Also, ich würde sagen, mit der Gießkanne kannst du den Nagel reinschlagen und mit der Bowlingkugel kannst du... Es geht nur mit Pömpel, Dings und Bowlingkugel. Bowlingkugel, habe ich das Gefühl, brauchen wir noch für was anderes. Die ist relativ unnütz. Ja, na komm. Okay, Nagel, wer will ihn einschlagen? Du? Mach ich. Klar, es ist stärker. Ich mach das und außerdem ist er ja... Ja, ich bin in Umständen. Ja. Ich das am Ende da... Ich muss mich gleich mal setzen, das ist mir zu anstrengend. Wunderbar. Geschafft. Gießkanne. Ja, welche Aufgabe wollt ihr jetzt lösen? Bitte? Matheaufgabe 2. Was wollt ihr jetzt machen? Matheaufgabe 2? Ihr sagt. Ja, kannst du uns die erste Zeit? Ach nee. Nein. Nein. Gut, also mit dem Taschenrechner Matheaufgabe 2. Ich bin auf jeden Fall zu dumm dafür, wenn das so hohen Zahlen sind. Ready? Mal. Dafür habt ihr jetzt 60 Sekunden Zeit und hier kommt die Matheaufgabe. 56 mal 19 mal 3. Das ist richtig. Habt ihr gut gemacht, dass ihr mit dem Taschenrechner gewartet habt. Was malen? Malen, genau. Malen. Ja, können wir Torte nehmen oder Schokolade? Malen und Torschuss habt ihr noch. Schoki, du bist der bessere Zeichner von uns beiden. Du kannst ja mitnehmen, die ganze Schokolade. Was soll ich drauf malen? Der Begriff steht hier oben drin. Sollen wir den beide lesen? Ja, beide. Du stellst dich bitte hier hin. Ja. Isst jetzt nicht die ganze Schokolade auf? Nur halb. Da musst du noch mit malen. So, komm mal her. Hallo. Hierher. Du musst ja den Begriff sehen. Wir trinken nie wieder Uso vor der Sendung. Joko hatte ein bisschen Bauchschmerzen und dachte, Uso hilft ihm vielleicht. Ich hab einfach aus Solidarität mitgetrunken. Wie immer. Gut, du musst erraten, du darfst nichts sagen, Klaas, ne? Nee. Nur malen. Eine Sonnenblume, eine Butterblume, eine, 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 eine Blume. Ja. Sehr gut. Oh, man kann wirklich schmarrn mit Schokolade. Voll. Gut. So, Torschuss. Torschuss. Ja. Mit der Kiwi. Können wir mit der Kiwi ins Tor schießen? Das kann ich nicht. Bringst du nicht immer das Herz? Nein, im Sinne von ich bin nicht in der Lage, dass du... Der Kaktus oder die Kiwi? Das kann ich nicht. Sorry, Leute, das ist gegen meine Religion. Ich kann nicht gegen die Kiwi schießen. Kaktus oder Kiwi. Kaktus oder Kiwi. Mach doch, wie du willst. Aber wir denken doch dran, ihr habt noch ein paar Aufgaben, ne? Ja, ja. Sechs Stück kommen da noch. Solange du jetzt nicht gleich sagst. Ich würde die Bowling-Ku... Ja. Ich geh ins Tor, okay? Steven, du haust dann ab, wenn die kommt. Achso, ich dachte, hier wäre eine Ab... Oh Gott, oh Gott. Ich dachte, hier ist eine Absperrung. Oh, der... Oh. Sehr gut. Ich habe gut gemacht. Okay. Was guckst du da hoch? Ich wollte den eigentlich oben links rein drehen, aber... Gut, hier kommen die nächsten drei Aufgaben. Ready? Isst diesen Gegenstand. Zweitens, wirft diesen Gegenstand durch den Basketballkorb, egal von wo. Es gibt allerdings nur einen einzigen Versuch. Und Nummer drei. Finde ein Wort zu dem Gegenstand, das die gleiche Anzahl an Buchstaben hat, aber keinen identischen Buchstaben. 60 Sekunden Zeit. Also, Essen ist für mich jetzt Gurke das Einzige, wo ich mir zutraue, dass das passiert. Und das hier? Niemals. Warum? Also... Weil wir müssen ja auch essen. Mit den Buchstaben... Sollen wir das mit den Buchstaben machen? Kann ich hier machen. Das ist doch gut, oder? Buchstaben? Eine verbrannte Pizza. Also, das ist jetzt eine verbrannte Pizza. Achso, ich dachte nur Pizza. Dann nehmen wir das. Torte. Also, sollen wir das machen? Dann mach ich's. Ja. Pizza. Richtig. Sehr gut. Gut. Soll ich für die Show in den Karten fangen? Darf ich die ins Publikum geben? Das kommt halt auch. Nee, muss ich nicht. Hab ich gerade gefragt, weil er meinte, die Torte... Für später. Hab ich nur gesagt. Ich werf sie später ins Publikum. Ist das gefährlich? Ich esse die verbrannte Pizza. Da gibt's keine bessere Verwendung für. Bei der Gurke bin ich mir nicht sicher, ob ich die noch brauche. Ich mag einen großen... Bisschen. Einen großen Biss. Aber richtig groß. Also riesig, wie du kannst. Wir hatten die schon in der Probe letzte Woche. War das die gleiche Pizza, die da lag. Ist ja kein Problem. Ich wollte gerade sagen, wir haben beide in WGs gewohnt. Die ist von alleine hier reingelaufen. Oh, ist das lecker. Was ist das? Es gibt so viele Pizzerien, da kriegt man... Nee, weißt du, das war eine Margarita und jetzt ist es eine Fungi. Wie kommt das? Ihhh. Und schmeckt das? Ja, wa? Möchtest du noch ein bisschen Torte dazu? Oder Kaktus? Nimm mal einen Schluck Wasser, ey. Möchtest du ein Stück Torte als so Gegengehl? Möchtest du auch mal? Ne? Was eben? Das ist interessant, ne? Mal einfach mal gucken, was so passiert. Das ist auch für Leute, das ist wie so, wo man was lernt. Was ist denn los? Was ist das, wenn man jetzt noch so ein Stück Pizza unter dem Sofa findet? Hast du gut gemacht. Aber du bist ja noch dabei. Das ist wie ein Dschungelcamp, wenn die sowas runterwürgen. Dann machen die immer das gleiche Gesicht, ne? Du oder... Es ist echt egal, ob du oder Marc Terenzi macht das gleiche Gesicht, ne? Komm, jetzt weiter. Was war das nächste? Basketball. Basketball. Ein Wurf. Essen geschafft. Aber was meinst du mal da rein? Ein einziger Versuch, egal von wo, ne? Kaktus. Die Bolli-Kohle ist kacke. Der Kaktus ist gut, glaub ich auch. Willst du, ich mein, du hast mal hier den Traumwurf auf den ganzen Arena gemacht. Ja, das stimmt. Wie Al Bundys Homerun, ey. Ein einziges Mal im Leben. Egal von wo. Ich probier es mal. Ich bin noch nicht sicher, ob ich es wirklich mache. Aber jetzt, wo wir Weltmeister sind, habe ich neuen Lebensmut. Ein Versuch, egal von wo. Klaas, nochmal. Du kannst überall hinstellen. Achso. Ich schaffe es auf keinen Fall. Mach dir keinen Stress. Erziehungssache. Wenn du es nicht schaffst, schafft es jemand anders. Ist nicht schlimm. Nicht geschafft. Wirklich nicht. Bin ich auch noch ganz dreckig. Zwar der Fehlversuch. Dreckig. Und getroffen hast du auch nicht. Gut. Vorletzte Runde. Zwei Aufgaben noch. Ich muss sagen, ich liebe das Spiel. Ja, schön. Jetzt kommen diese Aufgaben. Spiele mit diesem Gegenstand deinem Partner einen Song vor. Er muss ihn erkennen und sagen. Und eine Person stellt sich auf diesen Gegenstand eurer Wahl und bleibt 30 Sekunden drauf stehen. Okay, also. Also ich sag mal, drauf stehen bleiben ist nur noch möglich mit der Gurke oder dem Pümpel. Aber ihr dürft nicht den Boden berühren. Mit der Bullingkugel würde ich auch schaffen. Also in meinem Kopf schaffe ich das. Ich würde sagen, den Song könnte ich auf der Gurke spielen. Aber worauf wollt ihr stehen? Ihr könnt euch ja noch einen Fehlversuch leisten. Auf dem Pümpel würde ich stehen. Okay, also das heißt, ihr spielt einen Song mit der Gurke. Du übernimmst das Spielen. Und wenn er jetzt die Gurke, muss er sich vorher für die Gurke entscheiden oder kann er den Song sehen und dann entscheiden? Nein, ich entscheide mich für die Gurke und ich möchte jetzt das Lied machen. Okay, Joko, dann stell dich doch mal hier hin, damit wir jetzt sehen, was Klaas auf der Gurke spielt. Ich zeig dir den Song und du musst ihn erraten. Ich klopfe den. Ich zeig dir den Song und du musst ihn erraten. So, Bullingkugel und Pümpel haben wir noch. Auf Gegensatzstellen. Und noch zwei Aufgaben. Zwei Fehler habt ihr. Einen dürft ihr euch noch erlauben. Das heißt, wir müssen die letzte Aufgabe mit dem übrig geblieben. Wenn es mit dem Pümpel nicht klappt, 30 Sekunden draufstehen. Du darfst nichts versuchen, du musst direkt starten. Du darfst dich nicht abstützen, du darfst nicht den Boden berühren. Ja. Ja, so ist gut. Das geht ja nur so. Und was ist, nur als Überlegung noch, bevor du jetzt gleich den anderen Fuß hochhebst, wenn du den restlichen Fuß darauf stellst, also da vorne drauf und hinten drauf. Gut, es läuft die Zeit. Also, ich ziehe dir drei Sekunden nochmal ab, weil die Zeit haben wir nicht pünktlich gestartet. Also müsstest du jetzt noch sieben Sekunden. Drei, zwei, eins, Schluss. Was wäre die letzte Aufgabe gewesen? Sehr gut. Mega. Sau gut. Mega. Was wäre die letzte gewesen? Okay. Lassen wir auf der Zunge zählen. Danke los. Ihr habt zwölf von 15 Aufgaben geschafft. Und nur, damit wir das alle nochmal wissen, und das ist jetzt kein Witz, den wir uns ausgedacht haben. Die letzte Aufgabe, hätte es gelautet. Und denkt nochmal dran, Bowlingkugel, der letzte Gegenstand, den wir noch auf der Stele stehen haben, wirft den letzten verbliebenen Gegenstand deinem Partner von dieser Markierung aus ins Gesicht. Das ist kein Witz, das war wirklich die Aufgabe, ich bin so froh, dass wir es geschafft haben. Aber Steven, ich muss dir sagen, danke, danke, ich liebe euch. Ich sage dir wirklich, wir waren so in the zone, wir hätten es einfach gemacht und erst danach wäre einem so klar geworden, was man da getan hat. Wirklich, Joko wäre wahrscheinlich in ein Puzzle zersprungen. Man hätte einfach nur noch meinen langen Hals gehabt. Kein Kopfwerk. Wer hätte jetzt so einen Hubschrauber und Klinik und so, und ich hätte immer noch so, wie im Rausch, hätte ich mich noch feiern lassen für den Punkt, während Joko schon an einem Beatmungsgerät hängt. Zum Glück mussten wir diese Runde nicht spielen. Wenn ihr andere Videos auf diesem Kanal sehen wollt, dann ist das da. Wenn ihr abonnieren wollt, das sollt ihr auch machen, dann ist das da. Und wenn ihr sagt, nö, ich will ganze Folge sehen bei Join, dann ist das da. So, ist super easy, oder? Da, da, da.